Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet bist, denn heute habe ich ein spezielles Goodie im Kryptobereich, das ziemlich viel Welle geschlagen hat in den letzten Wochen und vor allem in den letzten Tagen und schon eine unglaublich große Community hat, viel Potenzial hat und das Beste an dem Ganzen, den Coin gibt es aktuell für lau. Also der ist wirklich kostenlos, den kannst du einfach kostenlos auf deinem Handy bekommen. Das ganze Thema schauen wir uns an. Nur vorab, ich kenne das Ganze seit über einem Jahr, wurde mir von einem Kollegen vorgeschlagen und ich habe das Ganze nicht wirklich ernst genommen und letztens habe ich gesehen, dass es von der 15 größten Kryptobörse schon ein Listing gegeben hat, obwohl da noch nichts gelaufen ist, noch nichts offizielles war und der Token ist von 0 ohne Wert auf über 100 Dollar angestiegen. Das Ganze wäre natürlich gut, wenn man jeden Tag ein, zwei Token davon bekommt und dementsprechend schauen wir uns das Thema heute an. Den Coin und das Projekt, über das ich rede, ist P-Network und nur von Anfang an, ich kenne das über ein Jahr und es gibt einen Grund, warum ich das bis heute nicht wirklich für relevant empfunden habe. Das ganze Projekt will natürlich die Welt verändern mit ihrem Zahlungssystem und 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 man muss auch dazu sagen, im Team sind richtig coole Leute, zum Beispiel der Head of Technology ist ein Stanford-Professor, das nenne ich mal an, heißt dieses PhD und dieser ist der Instructor von Standforts erster dezentralisierter Application Class, also schon gar nicht mal so schlecht und das Ganze hatte im Endeffekt bisher noch keinen wirklichen Wert, der gemessen werden konnte, der irgendwie einen Marktpreis, wo man den analysieren konnte, das war noch nicht online. Diese ganze Blockchain-Zahlungssystem und Co., das läuft irgendwie noch nicht, also da gibt es noch keine Transaktionen, da gibt es noch nicht wirklich viel, nur einen Marktplatz, wo du wirklich wie auf Ebay Kleinanzeigen will haben und was auch immer irgendjemandem schreiben kannst, hey verkaufst du mir deine T-Tasse, ich schicke dir ein paar P-Tokens und und und, so funktioniert das schon, also theoretisch Leute, die in dem Token einen Wert ziehen, können den schon kaufen und schicken lassen, aber er ist noch nicht großartig gelistet, noch nicht offiziell und auch noch nicht mit echter Liquidität vom P-Team. Wie bekommst du jetzt die Coins gratis und warum könnte das etwas wert werden? Eine Anleitung, wie du dir die App runterlädst, zeige ich dir dann nachher hier auf der Seite eingeblendet. Das Ganze funktioniert auf jeden Fall so, du lädst dir eine App runter im Play Store oder im Apple Store und da musst du wirklich sehen, okay, die haben schon richtig viele Downloads und auch die Bewertungen im App Store bzw. Google Play Store, die passen. Das sind über 500.000 Bewertungen, also schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe als Vergleich hier mal eine andere App aufgemacht, auch im Play Store und die hatte halt 10% Bewertungen, Pi hat nur 1%, aber gut, das lasse ich noch als organisch durchgehen, das passt für mich und dann geht der Process, eigentlich das Onboarding relativ easy. Du öffnest quasi die App, gibst deine Telefonnummer an, gibst dein Passwort an, dass du dir bitte aufschreiben solltest und dann hast du ganz normalen Namen und da bitte deinen echten Namen angeben, weil ja, es gibt dann auch für den Pi Browser, also auch einen Browser haben die, eine KYC, dort musst du auch diesen Namen von dieser Wallet drin haben, damit du die Tokens auch bekommst. Von mir aus, ich habe eigentlich gesagt, okay, dezentral ist das nicht, aber passt, bei jeder App gibst du auch deine Daten her. Und bei der Anmeldung siehst du dann auch dieses Feld hier, das gibt dir die Möglichkeit, einen Affiliate-Link einzufügen. Ich zeige dir auch mal, diesen kannst du bei dir eingeben, dann hast du meinen Affiliate-Link mit drinnen und jeder, dem du die App auch zeigst, dem kannst du deine geben. Du bekommst minimal ein paar Token mehr, aber wie gesagt, es kostet eh nichts, den zu nutzen und wir wissen nicht, was das genau bringt, aber ein paar Tokens mehr, die nehmen wir einfach gerne mal mit. Dann gehst du in die App und das Einzige, was du machen musst, ist genau diesen Knopf hier drücken. Einmal am Tag draufdrücken, einmal am Tag bekommst du dann jede Minute die Pis, die siehst du hier oben jetzt, dann gleich startet hier dieses Laufen der Rewards. Auf jeden Fall einmal draufgedrückt und schon startet es. Es ist nur ein Handy, es saugt keine Akkubatterie, es saugt hier keine Leistung. Ich glaube, das ist auch eher nur so ein Spaß. Und man munkelt auch, dass da vielleicht einfach eine große Datensammelaktion dahinter steht. Für mich lebt das Projekt aber schon viel zu lange und ist eigentlich schon viel zu groß für das, dass es nur was Unseriöses wäre. Und deswegen hat es bei mir auch ein Jahr gedauert, dass ich sage, okay, ein Video zahlt sich aus, weil du hattest bisher noch nicht wirklich ein Feeling, hat das was wert, hat das einen Preis. Und dann tatsächlich auf Huobi ging der Token von einem Cent auf über 300 Dollar. Kein Scherz, der Haken an der Sache war, das ist keine echte Liquidität. Ich habe euch hier auch noch einen Bericht drüber gesucht, über diesen ganzen Listingspaß. Denn das Pi-Developer-Team wollte hier weder ein Listing, weder sonst noch was, aber Huobi hat das einfach gelistet und ohne, dass da jetzt viele Coins sind, du kannst nichts einzahlen, du kannst nicht sagen, okay, ich mache ein Pi am Tag und cash das aus mit 100 Dollar Rewards am Tag, sondern das sind einfach im Endeffekt nur Futures und existent ist da auf der Börse noch kein Handel unter Usern möglich. Aber ist halt mal so, Rewards gibt es auch, ist unter den Top-Gainern auch bei Huobi, ist gelistet neben Bonk. Also Bonk war natürlich noch krasser, aber ja, kennen wir ja schon. Und ja, das Listing war am 29. Dezember überraschend und hat auch mich ein bisschen von den Socken gehauen, dass die wirklich anerkannt werden. Aber was willst du sagen, bei so einer echt großen Social-Media-Sachen, wenn wir hier dieses Pi raussuchen, hier irgendwo Pi-Network wird das sicher, genau, dann schaut euch das mal an, die haben 2 Millionen Followern. Das ist halt schon brutal. Ich bin echt überrascht, dass das wirklich so stimmt, dass das keine Bots sind. Und tatsächlich so funktioniert. Der Link zu dieser App ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich bekomme dafür einfach ein paar Coins, minimal mehr dazu, wenn du den nutzt. Aber wie gesagt, der Token hat noch nicht wirklich einen realen Preis. Darum keine Ahnung, ob es was wird oder nicht. Vor allem sollte jemals wirklich ein realer Preis zustande kommen, der irgendwie nur in die 5 Dollar und drüber geht, dann nehmen wir das und verkaufen ab. Weil vor allem die Leute, die schon länger meinen Kanal verfolgen, Coins, die irgendwie wenig Westings haben oder irgendwie gratis sind, geerdogt werden, die haben oft einen Preisanstieg, weil Leute nicht genug davon bekommen und dann werden sie sehr oft gedumpt. Das hier ist ein reiner virtueller Preisschart, der nicht vom aktuellen organischen Volumen hier das ganze Video gibt. Darum einfach das mal nur in den Träumen beibehalten, dass wir hier einen 100 Dollar Coin geschenkt bekommen. Was man auch gut dazu sagen kann, ist, dass die eigentlich schon recht ein riesengroßes Netzwerk haben. Auch ein Bitboy Krypto mit über 1,5 Millionen Abos hat dieses Thema schon oft erwähnt, hat da auch ein Video drüber gemacht. Bisher hat das für mich einfach so einen Eindruck eines Krypto-Projektes, das typischer nicht sein könnte. Viele Pläne, noch kein Mainnet, das jetzt öffentlich ist, noch kein gelisteter Token. Also genau diese ganzen Versprechen, die man bei jedem Kryptowährungsding hört und irgendwie was auch immer investieren könnte oder in die Roadmap gambeln. Aber hier ist es wirklich gratis. Hier kannst du einfach wirklich ein bisschen was machen. Sollte der Token gelistet werden, dann kannst du den ja kaufen, wenn du möchtest. Davon halte ich aber Abstand. Ich nehme einfach die Gratis-Tokens mit. Passt. Mehr brauche ich dazu nicht. Und wenn jemand auf P-Network oder diesen P-Marketplaces dann tatsächlich mir irgendwas verkaufen möchte für diese P-Tokens, dann nehme ich das gerne mit oder ich verkaufe sie auf einer Börse nach einem Listing. Das sollte auf jeden Fall im Hinterkopf bleiben. Wir wollen hier gratis Gewinne mitnehmen, solange es das Ganze noch möglich gibt. Und dann passt das für uns. So, nicht zu hohe Erwartungen reinstecken, nicht zu viel, was auch immer. Einfach mal eine gratis App downloaden und gratis diesen Coin minen. Da gibt es ein gutes Beispiel aus den vergangenen Jahren. Und zwar Elektroneum. Das war einfach ähnlich. Also da gab es einfach eine App, da konntest du jeden Tag einmal draufklicken. Auch ein Referral-System bekam es gratis diese Token. Gebracht hat es nicht viel, muss man dazu sagen. Aber das ist auch eine ganz andere Hausnummer von der Größe des Projektes, von der Bekanntheit. Ich weiß nicht mal, was die geplant hatten, was bei Elektroneum überhaupt am Start war. Ich hatte das damals gemacht. Ausgezahlt hat es sich nicht wirklich. Aber kann bei Pi natürlich anders sein. Und Gratis-Gains wäre blöd, wenn ich das nicht erwähnen würde. Und dann geht der Token wirklich durch die Decke. Große Community hat er. Gelistet wird er auf jeden Fall schon. Und das ist ein Zeichen. Das darf man nicht ignorieren, sagen wir so. Natürlich gibt es auch noch die Auflösung vom Gewinnspiel. Beziehungsweise der Gewinner hat sich gemeldet. Hat mir seine Wallet-Adresse geschrieben. Und es gibt einen neuen Twitter-Tweet von mir, der gewinnspielwürdig ist. Also da musst du einfach nur liken und einen Kommentar da lassen. Und ich schreibe dir, wenn du aus einem Random-Common-Picker gepickt wirst, einfach eine PN. Und dann kannst du mir deine Wallet-Adresse schreiben. Bitte beachte, ich frage niemals nach Private Keys. Jeder, der dir irgendwie schreibt und sich als meinen Account ausgibt, schreibe dem nicht zurück. Schreibe keine Private Keys. Ich schreibe maximal rein, hey, du hast beim Gewinnspiel gewonnen. Und ich schicke dir jetzt Geld zu. Und genau das machen wir jetzt, dass ihr es live im Video seht. Ich verschicke meine eigenen Palm-Token, die ich selber aus dem Pre-Sell rausbekommen habe. Aber das ist kein gesponsertes oder was auch immer. Das ist mein privates Geld. Und die schicken wir auf jeden Fall gleich einmal raus. 50 Dollar sind genau 2600 Token. Und die schicken wir dir jetzt per Metamask. Also das solltest du wahrscheinlich schon, wenn du das Video siehst, draufhaben, was du machen musst. Wenn du beim nächsten Mal auch gewinnen möchtest, einfach mir folgen. Einfach mir auf Twitter diese Gewinnspielpost, die ich auch in meine Telegram-Gruppe teile, in unsere Telegram-Gruppe teile. Einfach liken, kommentieren und am besten du bleibst auf Twitter online, weil dort recht viel passiert. Crypto-News, Crypto-On-Chain-Daten, Crypto-was auch immer, lustige Sachen, informative Sachen. Und auch sowas wie zum Beispiel der Präsident von Argentinien sagt, dass Bitcoin die Rückkehr des Geldes in die privaten Bereiche etablieren kann. Und so könnte man die Zentralbanken eliminieren. Weil die sind eigentlich wild unfair mit dem Geldsystem. Das wissen wir glaube ich alle. Und sowas einfach auf Twitter immer wieder zu lesen, ist einfach unglaublich gut, um den Gedanken und den Glauben an Bitcoin zu stärken. Und zu verstehen, wie schlecht fiert es. Da ist es noch nebenbei. Dementsprechend, das war es auch schon mit dem Video. Ich wünsche euch immer Happy Gains mit dem P-Token, aber vor allem mit dem Bitcoin. Bei Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare reinschreiben, auch wenn du zum Beispiel skeptisch bist. Und wenn du natürlich voll überzeugt bist, dann schau in der Kommentarsektion einfach nach. Und da irgendwelche Fragen drinnen sind, ob da irgendwas wild ist. Wenn irgendjemand Fragen hat, ich tagge das jetzt mal rein. Der Manuel, hier der getaggte Name in der Telegram-Gruppe, der hat mir das vor über einem Jahr vorgeschlagenen P-Token. Er kennt sich auch richtig gut aus. Hier der Name drinnen, eben könnt ihr schreiben bei irgendwelchen sonstigen Spezialfragen und Co. Dementsprechend solltet ihr da perfekt vorbereitet und recherchieren können. Wir sehen und hören uns dann schon im nächsten Video. Ich wünsche euch wie immer was. Ciao, ciao. Ciao.